so dann versuche ich mal ne runde cash777 wird mir gesagt dann probieren wir es mal hier ist aber mit erfolg ab fünffachem level das ist mit bank safe nicht so gut gut ok ich probiere mal goldfrancene runde und 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 hier ist mir aber schon zu ruhig dann mache ich doch mal ein anderes spiel hier kommt ja so sieht das jetzt wirklich so gar nicht das war ein versehen ist außerdem auch mit fünffachem einsatz jetzt hätte ich es mal angetestet aber ich wollte nicht Doe, Mama. Untertitelung des ZDF, 2020 Banksafe lässt sich aber auch nicht mehr blicken hier. Oh, selbst hier kommt nix! Nochmal was anderes, bis gleich. Mach ich mal binär spielen. Mal gucken, ob das was macht. Vielleicht liegt es auch am Einsatz. Probieren wir mal eine andere Einsatzstufe. Mal gucken, ob da vielleicht mal ein bisschen mehr passiert. Ah, da ist es. Schauen wir mal. Oh, okay. 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 Oh, da haben wir es. Oh, okay. Oh. Oh. Oh, okay. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Ich brauche einen Flicken. Ah, da ist er. Ja. Ja. Ah, nochmal eine Reserve klicken. Oh. 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 Sprung flicken Das ist einer 12 Euro Weiter geht's 1 Euro 1 Euro 1 Euro 1 Euro 1 Euro na komm kleinen moment so auf geht's schauen wir mal sind wir wieder bei den 12 euro 14 ja ok 20 ja 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 ich sag ja das kommt öfters hier ist egal das direkt mal zwei nix im pot mal zwei super flicken was ist denn heute los? der gönnt mir heute nichts ich will mal gerade gucken ich kann das aber auch nicht stoppen oder kann ich jetzt hier auf beute oder irgendwas drücken nicht dass ich das nie gecheckt habe man muss es so lange spielen bis die sirene kommt eine andere möglichkeit gibt es nicht mal zwei 34 immerhin 1 5 4 5 5 1 1 3 2 he Das war's für heute. Komm jetzt. Wie hat ihr die gesetzt? Und? Oben... Ach, hätte er keine Reihe machen können. 80 Euro wären es gewesen, die Reihe Igel. Jetzt mal so etwas die Hideo. Du bist ein, was ich dazu IDEE auch. Dann mal so ein, was ich hier. Du bist du halt, wenn du bereit hast, oder? Dann stein dein. Und jetzt kommt wieder gar nichts mehr. Ja, aber. ich glaube der ganze Automat ist jetzt so komm jetzt setzt der die immer beschissen vor allem so viele und dann immer so blöde ich mach mal was anderes bis gleich